Hier drin wird jetzt eine Maschine. Wenn das Flugzeug jetzt da ist, bitte einmal auf die Triebwerke arbeiten. Das ist die Lufthansa. Ja, 737, ja. So, jetzt die Triebwerke. Da hat sich jetzt so ein schwarzer Strich geöffnet. Das ist die Bremse von einem Flugzeug. Es geht jetzt dann gleich wieder zu. Ah, und da kommt der Hochschauber. So geht es davor. So, jetzt muss man schon mal. So. 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 So.